Zu guter Letzt kommen wir zu den UK-News, die auch in diesem Moment von Nora präsentiert werden. Heute handelt es sich um einen witzigen und satirischen Rückblick über die Aktualität der letzten Woche. Viel Spaß mit Nora in den News! Guten Abend, ihr Damen und Herren! Mein Name ist Nora Horn, heute sind die 20-Kanal-News. Und diese Woche sind die ganz klang am Nervösen und freuen sich am Mischten auf dem großen Tag, wenn die Klesien endlich bei sie landen. Wir können aus der Primärschule erzählen, was sie sich von der Klesien wünschen. Auch das Feuerbier ist voll, ich kann einen richtigen Schwervermatt auf den Treppen machen, aber ich weiß nicht, wie es ist. Bonbon. Fläger. Du, 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 du. So. Ein Motto und ein Richter schon. Richter Motto? Ja. Motto und ein Hal. Ninja. Ein Hornpatsi. Ich wollte ein Tablett. Auch ein Tablett. Ein Fläger. Bonbon. Karsch. Auch Kamele. Und ein Motor. Ein Motor. Und ein Feuer. Motor. Ein Motor. Wie geht's? Man macht die Kutter. Das ist ein Auto. Schöne Rekante Gläschen und auch Schöne Rekante Weihnachtsmann. Wie wir gewusst sind das zwei ganz verschiedene Personagen. Das lässt also da aber zu einem bisschen mehr unangenehmen über den Treffen von denen zuwegekommen. Liebe Gläschen, gute Gläschen, bringen uns Sachen aller. Oho, heute Gläschen, mein hallo Kollege. Fimmst du das schon ein? Da bin ich das froh an. Das ist gleich ein Kloster. Wot, wer darf man ein bisschen nach? Ich muss ja gucken, wo die Bräder sitzen kann. Okay. Du hast ja nicht verloren. Ich geh mir das auch mal angucken. Du hast ja noch eine gute Zeit. Ja, aber wir haben alles gemütlich, aber doch auch. Und wenn wir doch Coca-Cola tanzen, dann geht es noch nicht. Ja, das ist Kultur. Was hast du da getan? Was ist das für eine Kultur? Auch die Stars hat bei Chateaubriand Kerochel getrunken. Eine Flasche Cola. Anders kann man hier jetzt hinfüten gehen. Danke, Weihnachtsmann. So, in die Sonne waschen. Schenk ihnen Tarnpasta. Da, Gläschen. Ja. Da wollen wir mal gucken. Da kommen wir mal gucken. Ja. Vielleicht fahren wir mal den Häusiker rum. Ja. Dann gehen wir mal in den Häuschen. Da kommen wir in den Häuschen. Da kommen wir in den Häuschen. Ja, das ist die Gläschen, die am Lande ist. Von uns zwei. Haha. Wie hat der denn da noch gezählt? Die Stadt hat mir nicht gezählt. Die Stadt hat mir schon gezählt. Die Stadt hat mir schon gezählt. Was ist das? Du hast ja Zeit bringen. Dem kannst du dann nicht leben. Ich lebe denen alles. Sie werden nicht für die Lastwahlen gezählt. Und das ist doch alles Mumpitz. Komm, Gläschen. Ja, wir können sie dann nicht mehr, wie man Dinge tun kann. Dinge tun? Ja. Anhalts von einem Konkur, gucken wir mal an, wir von ihnen zwei. Die überleiften uns. Ladies and Gentlemen, let's get ready for a Rumble! Hey, oh, komm mal! É ja! Es ist mir ein Rängchen-VR. Ach, nicht mehr, das nicht? Ach, nicht mehr. Auf, auf! Ach, ich weiß, nicht mehr. Ah ja, ich weiß nicht mehr. Ist nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Pferdus. 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 Ja. Pferdus. 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 Für die Diskussion zu lesen, ist es dir gebieterweise ein Informat zu machen. Wen aus ihrer Meinung nur die beleidigsten, beziehungsweise die besten von denen zwei. Voting per SMS auf der Nummer 1620, 375, 728. Mit der Nummer 1 für die Kläsin und mit der Nummer 2 für die Weihnachtsmaß. Und heute ist dem Sinterklaß der Knast Zwarte Piet, Schwarze Peter, der seit immer als Moor durchgestaltet wird. Das Traditioner soll aber auch immer stark von der UNO kritisiert gehen, weil es gegen die Afrikaner zu Menschen von zweiter Klaß machen. Dafür soll das auch aufgeschafft gehen, mir das wird dem Schwarze Peter aber überhaupt nicht gefallen und dann wird Fluchtergraf. Wir waren bei Singapur Suite dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Koalitionsgesprächs Koalitionsgesprächs Der Kleinen quarregen Weine kleinen Freundeskirchen, die sind doch nicht wirklich da. Kokos ursprünglos der Klaß? Wirklich! Ich habe nach uns Ver diamond Spanneten gesprungen und alles alles für dich방erung. Und der Patti kommt mir nicht nachher. Und du, mein lieb Nebrem, weisst du, wann du kommst? Du fährst die Verschwemmungen. Du währst wirklich ganz rüber. Für dich ist die Herspringerin. Und wann man gut die Verschwemmungen und du währst wirklich der ganze Bude im Foti. Das war für uns alle, die rechte Flüge. So, wann ist gelieft? Hallo? Kein Respekt für den Berg. Wir waren bei der rechte Flüge. Nee. So kann ich nicht schaffen. Komm her. So, was zählst du für Brachmann? Was müsst du überhaupt noch heu? Wir haben das Kurs sowieso schon an der Schule aufgeschafft. Wie kann das denn nun, Lars? Vermisst du, Mann? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Du, du, du! Du, du, du! Du, du, du! Abraham, 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 Abraham! Na, ja, herrreff! Weih, du, du! Geh raus! Geh raus! Du, du, du! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Aber wann ist ich glücklich? Wann ist ich glücklich? An der Welt hat das Leicht eine ganz makaber Entdeckung gemeldet. Bis das dann da rauskommt, wird eine Frau nicht ganz wollen akzeptieren und hat eh jahrelang nicht auf der Leicht von ihrem verstorbenen Mann geschlossen. Wir haben eine exklusiv Bilder von ihrer Überwachungskamera. Joelle Marie! Was ist denn mit Papps? Oh, komm! Ich habe das Pappenhaft! Super, super, super! Wie kann man das hier oben legen? Ich meine, das klingt doch gut, Mann! Oh, ja, natürlich! Oh, ja, das hat sie aber flottet. Oh, ja, das hat sie aber flottet. Oh, ja, das hat sie recht. Interessant, interessant! Soll ich dann jetzt einen Kaffee, Mann? Oh, ja, das klingt doch gut, Mann! Kaffee! 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 Oh, ja! Oh, ja, das schmeckt gut, Mann! Oh, du kannst doch nicht! Du kannst doch nicht! Oh, das klingt doch! Oh! Und dann... Oh, ich bin riesig, du flitst mal, du ekelst! Also, ich weiß nicht, um einen Mund in zehn. Wie berichtest du denn nach Kissen? Hey, alles! Bisschen Hanna, bisschen Vieh, bisschen... Oh, die Vierzörn ist schon... Oh, wie schön die Löffel, ich kann das nicht verhalten. So, war's gut. So, nur weil ihr einfach immer ein Brust drangend bekommst, wenn ihr dich, wenn ihr dich, wenn ihr dich, wenn ihr dich, wenn ihr dich schlafen, wie wär das hier? Kommt ein bisschen bei dich kuscheln. Ha, 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 ha. Ah, gut, nur, Herr Charmari. Oh, da bist du nur. Oh, schau mal, du bist mit für sexy time. Oh, boah, das ist nicht so schlimm. Oh, bitte, was sind die Gefäße im Sokal? Also, das ist so gefallen, mein Verhältnis. Aber, boah, das guck mal einfach nur. Nachdem es drei Jahre lang die Lähe mir bezeugt wird, sollt wohl nicht zwangsgeräumt gehen. Und dabei wird der Lokataire das Gruselige an Tagung gemäht. Gott sei Dank. Und damit wäre mir auch am Anfang dieser Sendung gekommen, und so ein Merci für den Anlaustern. Hab ich's geschwön.